Das ist komplett überarbeitet, Five Nights at Freddy's, haltet euch fest, das wird richtig geil. FNAF Rewritten, ja ich weiß, ich muss hier da arbeiten, I know, I know, das haben wir ja schon mal gespielt, aber das wurde für dieses Jahr komplett überarbeitet. Ich bin mal gespannt, der letzte Stand war das mit Golden Freddy, da bin ich gescheitert, aber egal. Schauen wir uns deswegen diesen Loading Screen an, toll, komm, sag, uja, oida, ha, wir können lehnen, oh, das ist geil, und erst mal die Tür zu machen, weil ich's kann, so, jetzt schauen wir, oh, das sieht geil aus, oida, it's connection, ah, der Endo, der, ja, ja. Greift er nicht auch an oder so, ich weiß es schon gar nicht mehr, das ist schon ein paar Tage, Stunden, Minuten, Sekunden her. Freddy Fazbear, da kann ich nicht boopen, abru... Alter, hör auf, ja, da boope ich gleich mal. Warte mal hier, Start, Shift, ja, ja, Montag. Pass dazu, dass ich's einen Montag aufnehme. Was war das grad? Ach, das macht er mir, das macht das, was macht das dann? Ach, ja. Nein, du bleibst lacken, Kollege. So, wo ist's gleich wieder? Ja, ja, Grown Up Alike. Ja, ja. Geh, brühe. Dining Hall, da ist Barney. Ah, das Auto, das Design, haben sie ein bisschen geändert. Hi. So, Cam 8 ist Vaxi, aber es ist Nacht 1, das wiederum heißt, da greift er nicht an. Uh, das find ich irgendwie stark. Und wenn euch's mir gefallen, gerne meinen Kanal abonnieren, werden wir uns weiter dieses Overhauled Five Nights at Freddy's 1 anschauen. Ich find das irgendwie cool. Ah, weißt du, wenn ich hier noch die Shortcuts hätte für das hier? Naja. Ja, okay, das kann ich machen. Oh, ja. Bin grad so fasziniert davon. Fascinated bin ich davon. Okay. Hi, Nuja. Blub, blub. Weg damit. Zack. So, wo sind die überhaupt? Oh, da ist der schnell unterwegs. Da ist er schon, Cam 9. Der ist in 9. Okay. Ah, Chica ist in Cam 6. Okay. Vaxi ist doch da. Da ist der. Also, du könntest eines... Ich hab ihn grad gesehen. Mit dem Ding ab. Das ist ekelhaft. Tell you. Morgen jetzt. Da ist er. Nicht drin. Oh, oh. Oh, oh. Nosy, nosy. Eigentlich wollte ich nur No sagen und das war eine Mischung aus No und... Nose! Ah, 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 ah. Check. Ja, ja. Ja, ja, Close Book. Halt! Nein! Hören Sie auf! Äh. Wieso rambelt das Ganze hier? Habe ich was angestellt? Wieso habe ich hier so ein Rumble... Was? Wieso rambelt das? Wieso rambelt das hier? Ah, oder das war, weil Barney vor der Tür war. Aha! Das kennt der Grund sein. Ha! Wir haben es rausgefunden. Wo ist Chica? Erstmal... Okay, Barney ist da hinten. Aber erst mal, wo ist Chica? Hallo! 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 Klo! Bad! PC! Ja, ihr wisst schon. Also, ich würde es nicht ausschließen. Ach, da ist er. Wo ist Chica hin? Ach, lol! Da lehnen wir uns mal nach vorne. Schauen wir diese Monitore an. Einer davon ist kaputt. Und der Fan läuft halt. Das ist... Habe ich gerade... ...dum, dum, 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 gehört? Bin nicht sicher. Freddy ist immer noch da. Wo ist Barney? Vor allem die Backhaul, die Sochen... Die kenne ich noch gar nicht. Ich habe nachher was gehört. Gehört! Wie vorher haben wir es überhaupt? Ah! Perfekt. Wir slain hier das durch, hey. Sowas von, hey. Hä? Da bin ich jetzt weg schon. Ach so. Bin mit der Maus hingekommen. Ich höllt vom Earthbuffet. Okay. Oh, oh, uh, uh, uh. Wo ist es denn? Die... Nein. Nein. Herz auf. Komm jetzt. Halt. Da wurde was gekrätselt. Ach so. Letzte Stunde von der Östnacht. Tschung, tschung, tschung. Bin gerade... Zu spielerisch hier unterwegs. Hör auf! Alter, was passiert hier? Wieso? Was spinnt da so? Oh ja! Das ist ein kompletter Overhaul. Muss ich... Ja, ja, no kitchen feed. Äh, no video feed. So. Hätte ich vielleicht... Ah, da ist Chica. Hätte ich vielleicht... Irgendjemand ist da. Wieso habe ich hier offen? Lol. Okay. Egal. Ah! Okay. Okay, das war ganz... Das war ganz ziemlich sweet. Das war ziemlich sweet. Das war in der vorherigen Versuch noch gar nichts. Nö. 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 Geil gemacht. Geil gemacht. Ja, hi, Chica. Ja. Re-retten. Continue. Wir machen gleich weiter. Straight rein in die zweite Nacht. So schaut's aus. Ja, ich weiß. Wie man leant. Wie schön. Ja, left click on objects and UI buttons to interact. Ja, dass gleich das Logbook... Gleich so prominent angezeigt wird. Warte mal, ist das von... Warte mal, ist das Chipper? Kannst du das nicht genau sehen? Ja, dann bin ich noch alive. Ist es mir klar. No shit, Sherlock. You solved the mystery. Ja, ist doch so, hey. Ist doch so. Ja, ich piek doch schon die ganze Nacht. Ich bin ein Pikachu. Okay, nein. Der hat wehtan. Der hat wehtan. Schaut der CupCat jetzt ein bisschen anders? Oder glaube ich, dass es gar nicht mehr... Verändert sich die Welt vom Five Nights at Freddy's vor meinen Augen. Ich wusste nicht. Zumachen. Da ist noch niemand. Das wäre ja... Wenn ja jetzt schon Animal Clinic da wäre, das... Das wäre Sache. Aber es sind beide schon da. Die sind beide da. Freddy. Ein Uhr. Ich brauche die Lights nicht mal checken, weil ich ja weiß, dass sie dann wieder abhauen. Also, das rede ich mir halt ein, weißt. Das rede ich mir einfach nur ein. Der Charakter in there seems unique in that he only really moves when you aren't looking at him on camera. Ah, der redet vom Foxy. Ihr habt nämlich gerade überlegt, von wem redet der eins. Ach so. Einfach nur... Ach so. Wenn ich so schauen kann. Also, so rumschau. Wichtig ist halt, dass ich auf Cam 8 bleib. Das ist jetzt schon wieder. Nice to finally meet you, Mike. Ja, das sagt, ich recognize you. They think you are something you are not. Das finde ich auch so geil, so in dem Logbook, dass es halt dann... Je weiter du in den Nächten vorankommst, dass da mehr hingeschrieben wird. Nicht nur einfach so, ja... Es ist jetzt die Stunde und die Stunde. Nein! Lore! I tell you. I need lore! Statt I need more, I need lore. Get it? Lore. More. Dafür habe ich einen Jumpscare verdient. Da habe ich einen Jumpscare aber sowas von vorgesinnt. Greifst du doch an. Ach so, sollte ich nicht eigentlich... Ja, ich sollte auf... Hör auf mit dem schönen... Einblendungen. Oh, Jesus Christ. Hallo! Halli, hallo! Beep, beep! Nur just in case. Aber ich weiß, wer du bist, Mike. Mein Freund hat mir alles über dich erzählt. Du hast etwas sehr Schlimmes getan... Also, meinem Freund etwas sehr Schlimmes angetan. Von einer langen Zeit. Er war sehr, sehr... Sauer darüber? Aber jetzt mag er... Jetzt möchte er dir vergeben. Hm? Ha! Wie du... Wie schick... Nö, nö, nö. Hm. Oh, lol. Hallo! Tür ist offen! Kommen Sie her! Oder auch nicht. Lass bleiben. Hör mal das Rumble die ganze Zeit auf. Ich hab doch alles. Im Griff. Würde ich mal sagen... Oh. Ah! Ho, ho, ho! Oh. Rumble in the jungle! Nein. Oh. Wollen wir uns den Ause anschauen? Er ist wahrscheinlich kurz davor. Er ist kurz davor. Er ist kurz davor. Ich hab zu viel Strom verbraucht. Viel zu viel Strom. Da rumpelt's! Aber sowas von! Oh! Oh, sehst du? Da ist das Bild von einem vermissten Kind. Oh! Aber auch nur, wenn ich... Manchmal auf die Camp... Ja, wenn ich manchmal auf die Camp schaue. Oh, oh. Ja? Er ist kurz davor! Er ist kurz davor! Aber nicht, dass wir jetzt die anderen Endnotions angreifen. Oh, oh. Oh, schaut's hab ich das an, hey! Oula! Das ist nice! Das ist nice! Alles klar, das wird erstmal gut sein. Wir schauen uns dann die nächsten Nächte... Ne, die nächsten Videos an. Boah, das... Also das Overhauled, The Five-East-E-Phrase-Rewritten ist saugeil! Bitte gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut!